Let the body sit the floor, let the body sit the floor FLOOOOOOOOOOO So Leute, Willkommen zurück zu Let's Play V.U.W, mit Coop-Partner Daph Sephiroth. Hallo zusammen. So. Einfach wieder hoch, und jetzt reibt man das ganz gemütlich alles wieder raus. Insofern uns keiner vom Reitir schmeißt, das passiert ja manchmal. aber es scheint nicht zu passieren noch nicht jawohl leute wir sind durch ein neues spiel fangt den floyd und ich gewinne so das war es dann aber jetzt oder oder bekommen wir wieder eine folge quest ich glaube ein kerl müssen wir noch killen wenn ich mich jetzt nicht die jahre ausgebildet vorgesehen unglaublich auf die minuten zu sehen das macht mich ganz nervös und vor wie das kann ich gebe alles im wunderland mit der taschen also das ist ja zum annehmen ich denke mir gerade ich bin von den verlassenen ok jetzt dürfen nach hammerfall endlich zu deiner hauptstadt das ist ja ich glaube da ist schon wieder eine quest ach mensch wo ist das jetzt schon wieder oh gott man kann der fettzeug nicht selbst erledigen jetzt müssen wir voll den umweg machen für den fettzeug schon einfach ein fieser fettzeug also die plötzlich die flugroute musst du ja gar nicht mehr nehmen ne das ist nicht mal unweit wie es weißt du das also das ist wirklich nicht unweit ich wollte noch die letzten PS aus meinem Pferdchen raus aber es geht nicht schneller ja wenn wir dann, äh wie heißt das Level 40 sind dann haben wir dann eine schnellere und das ist eh nicht mehr so lang eigentlich stimmt mehr PS mehr Diesel-Futter dann war's das ernst genau mit dem Wolf pumpe ich nochmal das Benzin in den Arsch und dann müsste es auch wieder schneller laufen eine Anal-Enspritzung wir genau eine Naldusche ist das da oben? reint dich richtig? ich denke schon ich hoffe es ah sieht gut aus, sieht richtig aus sieht richtig aus ja ich denke schon, ja doch, wir sind richtig noch mehr Qs die Qs kenn ich gar nicht, ich kenn nicht mal den Ort hier noch mehr Qs oh Gott, da sind schon wieder neue Qs da sind sie uns bereit oh Gott, du hast irgendwas gestartet, ne? ja, entscheid natürlich komm mit, du musst denen folgen warte ich geb nur schnell ab ok ok, schon wieder vorbei ist abgebrochen wie abgebrochen? bei mir gilt es nicht mehr wehgeschlagen Scheiße na dann bring ich auch ab, ne? mach mal noch mal rein war mein Fehler was war'n das jetzt? einfach den nachfolgen so was ich geb auch schnell das hinten ab kann es ein bisschen dauern bis der wieder daher kommt? möglich ich hab da jetzt die Quest angenommen aha da müssen wir wahrscheinlich ins Wasser hab' ich so das Gefühl sonst würde man nicht so'n Bonnie bekommen machen wir das schnell? jup die andere können wir im Nachhinein auch noch machen ja, wir müssen 10 Säbelflossen umbringen also Räuber der Säbelflossen und 3x Zauber in der Säbelflossen kann ja wieder was werden aber das ist glaube ich ne Killquest hört sich zumindest an wie nennt man die denn schnell? Naga oder? ganz genau die werden wir dann eben äh ich sollte mal Aspekte das Fight nennen aber äh wie heißt das? dieses Gebiet da wo man so viele Naga-Quests bekommen man spielt sogar eine weibliche Nagerin und muss da urviel umbringen und so ähm war schier ganz genau das hab ich alles mit meinem Priester noch gemacht das hab ich noch erlebt aber sonst war ganz Leimann das muss man schon sagen war richtig lustig içerisch ich bin außerhalb aber so weit bin ich wenn ich weg jetzt geht's so zwei Zauberinnen noch So, eine hübsche Fischstabe noch und dann haben wir es. Da ist sie. Perfekt. Pistons. Nachhine, Frankie! Ja, Katzen fühlen sich ja bekanntlich nicht wohl im Wasser, also. Der eine Quest ist auch wieder da. Perfekt. Aber es ist nie was für Jäger dabei, das ist schon nervig. Ja, wir wollen auch starten. Wo ist denn der Frank jetzt? Na, da ist er eh. Ich bin auch schon geblickt. So, dann gehen wir den mal nach. Nein, ich bin auch naked. So. What's dennSEEJ? Und wir müssen wahrscheinlich ihn beschützen, ne? Ja. Ist wahrscheinlich immer das Typische. Ja. Ja, ja, und lasst die Zeit. Aber wir müssen dann wirklich langsam mit Gnom Regan, weil viel fehlt man nicht mehr auf 34. Nach der Quest will ich gleich sagen. Ja. Oder schauen wir, was nach der Quest kommt. Vielleicht können wir dann noch in die Hauptstadt laufen. Das wäre natürlich optimal. Kann ich euch helfen? Niederindex für uns, Leute. Das ist unglaublich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich glaube, es wird besser, wenn wir es selbst machen. Das ist wieder da. Das ist schon wieder unter Wasser. Okay, dann mache ich hier einen Schnitt. Damit die Dungeon mit komplett neuer Zeit anfängt. Und ja, wenn man dann fährt, ist dann wir diese Quest anerledigen. Moment mal, ich gucke mal kurz, Leute, damit ihr auch Bescheid wisst. Wir machen jetzt, äh, wo sind wir hier? Da, Gnom Regan. Ach ja, äh, das Scharlach-Rote Kloster ist auch nicht mehr so lange aktuell. Sollte man das vielleicht direkt im Anschluss machen? Dies ist eh kurz. Ja, kann man ruhig machen. Alles paletti. Gut, Leute, dann mache ich hier einen Schnitt. Und wir sehen uns natürlich gleich wieder. Autorein, ne? Ciao. Bis gleich. Ciao. 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 Vielen Dank.